Musik Wir bereiten hier im Wasserwerk Friedrichsberg ca. 11.000 Kubikmeter Wasser am Tag auf. Das entspricht 40% des benötigten Wassers in Pforzheim. Musik Wir haben mit dieser Anlagentechnik eine zukunftsfähige Wasseraufbereitung im Hinblick auf die aktuellen und zukünftigen Parameter unseres Trinkwassers. Gleichzeitig haben wir damit eine für die Pforzheimer Bevölkerung nahezu einheitliche Trinkwasserhärte erreicht. Ich bin stolz darauf, dass wir diese Anlage für Pforzheim bauen konnten und betreiben dürfen. Sie ist eine wesentliche Stütze unserer wasserwirtschaftlichen Strategie und somit unserer Daseinsvorsorge. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020